und bei deinen öfen bin ich gerade ja toll das sollte dicht bleiben bei mir da kann ich nicht einen kleinkang daneben mit reinbauen nein komm schon nein marcy es ist schon was kaputt ja leck mich bestimmt nicht ich mache es mal wieder heil du bist so fies um schon das wird keiner sehen ich will ja gar nicht das am durchgang das ist aber auch immer so gemein zu mir ist klar bau doch so patrick hoch ich muss jetzt mal gucken ob er einen kleinen keller hat was scheiße ein glas zu wenig war eben so viel kaputt gemacht ja da kriegen keller hier hat er auch nicht ja wie hoch soll ich denn da bauen er sieht doch scheiße aus ja wieso sieht das denn bei mir aus wenn er mit einem in gang rein führt irgendwo durch gar nicht aber dein haus ist mit patrick verbunden weshalb nö fast mit ein paar gängen schon das ist ja gar nichts miteinander verbunden war dann glaube ich gehe doch mal außen rumlaufen ist halt so ich muss mir da noch was einfallen lassen guck dir mal das dach an ja ich komm nicht mehr ich bin noch nicht ganz fertig Was denn? Nichts. Wo ist meine Tür hin? Grüß. Weiß ich nicht. Christian. Gib mir meine Tür wieder. Ich hab... Nein, ich hab keine Tür. Ja, ja. Wann hast du die Öfen hier reingebaut? Ja, vorhin. Dann muss ich mal was anderes nachgucken. Ich hab gar nichts gemacht. Vielleicht ist das weggebrannt. Weggebrannt. Eine Tür. Ja. 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 Ah, ich weiß wo ich rauskomme. Ist das geil. Ja. 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 Ach, hinter den Öfen lang. Ja. Na wieso nicht? Ja. 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 Hier brauche ich närte. Wieinis. Wer sitzt drin? Hier ist noch gar nichts. Ja. Ich hab noch eine Tür hin und du. Ich hab noch eine Tür. Mö 초 in der Tür sind? Bitte ist es dynamics drauf. wenn du mir noch die Tür gibst gut jetzt bin ich so zweit weiter an wir brauchen noch 4 Holz ne 2 Holz, 3 sogar sieht eigentlich gut aus warum hinter den Öfen lang gefüllt übrigens fehlt mir hier unten an die Tür dass du ja kaputt gemacht hast ich hab die nicht kaputt gemacht ja ja was siehst du doch in der Aufnahme dann wir brauchen noch ne Trittplatte hab keine Ahnung muss man im Inventar äh muss man da drüben gucken ob ich irgendwie Holz noch habe klick 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 Holz ist hier noch ich brauche nur 2 Stift ist das da drin ich muss erstmal gucken ob oben meine Wolle nicht abgebrannt das ist in der Zwischenzeit eine Stelle hat gefehlt so wie das aussah ja ne ganze Blockreihe fehlt hier mhm man leck mich doch mal echter Glas rein scheiß drauf mach doch mal anders mach doch mal anders meine Hütte hat hier 1000 Gegner ich hab sogar noch nen Hinterausgang ach cool hab ich ja ähm zack lalalalalalalalalala lalala ja mhm ach das geht ja hier raus scheiße ja ja musst du aufpassen geht hier immer ziemlich schnell weit raus weil wir ziemlich alle am Rand gebaut haben ja das stimmt das haben wir wirklich ja michi kann ich auch beobachten und stalken von hier drüben mhm ach ja wie sieht der aussieht der auch grad schön fetzig aus ey mhm aber Seid hat keine Ideen ne mhm er ist auch so ne kleine Tüte echt so 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 ja das stimmt der brennt hier aber noch steil für mich mhm aber in den obersten verschmelzen soll doch mal die türe einsetzen machen wir umschluss du bist grad bei dir unten noch ne? mhm kannst du mir mal noch ne türeplatte bei uns stellen? mhm eine brauchen wir noch muss ich jetzt mal wiederholung ne steil ich komm dir schon halbwegs mit gegen mhm willst du das dann nochmal sehen? was? oh so okay dann können wir von hier aus auch hochgehen und wenn man dann hier hochgeht halt ehh ne ne das ist hier meine Pude was dann sind wir falsch abgebogen was ehrlich gesagt noch nicht fertig ist dann sind wir falsch abgebogen meine Pude ist nämlich noch nicht fertig ne da fehlt ein bisschen noch Einrichtung das Ding wird noch weiter gebaut da hinten wo du eben reingerannt bist denn halt zum wow Creeper nein Handspinne scheiße ey und hier unten halt bei Patrick kommt man halt hohoho das Schlimme ist hier ist kein Dreck und da kann man gleich runterfallen boah das dumme Mistvieh echt guck mal wir brauchen hier Holz wieder ich mach das provisorisch erstmal mit Dreck weil sonst landest du tief naja eigentlich nicht so tief hier hab'n 64 Stück ne gehabt aber hoffentlich richtiges Holz ne aber musst du nur sagen wo du es hin haben willst ne Moment hier ich werfte dir das mal zu hm dann kann ich das da so zack so so ähm ach so ich geh schon mal nach oben und mir mal das da angucken ja ich muss hier später die Leiter noch rein ran machen wieder aber genau der letzte Creeper wieder machen wir ja kannst hochrandeig fliegen gleich ne ja sehe ich schon boah sieht ganz ordentlich aus I believe I can fly so so und mit dieser Aussicht auf dem aufs Dach das noch immer noch nicht fertig ist wobei dran ich jetzt schon die ganze Zeit dran hänge die Plantage ist viel cooler die Aussicht so zum Schloss ach leck mich das Dach ist ja noch nicht mehr fertig aber Plantage ist auch gut geworden ne flog 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 und damit beenden wir dieses mal wieder das Minecraft Team und bis zum nächsten Mal hinter dir also tschau 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 tschau